Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. Viele Angler fragen mich immer wieder nach den besten Köderfarben im klaren Wasser. Ganz offensichtlich macht insbesondere klares Wasser vielen Anglern Schwierigkeiten, weil ganz besonders dann die Auswahl von fängigen Köderfarben ausgesprochen schwierig ist. Ich möchte euch in diesem Video genauer erklären, worauf es ankommt, wenn man in besonders klarem Wasser angeln geht. Seht euch das ganze Video an, auch wenn ihr das Gefühl habt, alles schon zu wissen. Denn ich habe einige Tipps und Kniffe in dieses Video eingebaut, die euch wahrscheinlich noch nicht so bekannt sind. Bleibt dran, um mehr über Köderfarben in klarem Wasser zu erfahren. Ich habe euch ja vor längerer Zeit in diesem Video schon die Zusammenhänge von Köderfarben und dem Lichteinfall im Wasser ausführlich erklärt. Es fällt trotzdem vielen schwer, da genau die richtigen Farben zu erkennen. Und ich möchte jetzt ganz speziell und gezielt auf die Köderfarben, die besten Köderfarben im klaren Wasser eingehen. Und vor allem ihre Bedeutung in Relation zum Tageslicht zu setzen. Ohne Licht gibt es keine Farbe und ohne Licht ist auch die Bedeutung der Farben weniger wichtig. Ich betone das ausführlich, weil es auch heute noch Spezialisten gibt, die steif und fest behaupten, dass die Köderfarbe unwichtig sei. Diese Leute haben gar nichts verstanden und besonders im klaren Wasser kann die richtige Köderfarbe extrem wichtig sein. Aber bestimmte Farben als gute oder schlechte Klarwasserfarben einfach so herauszustellen, ist genauso Quatsch. Denn mit einer Variablen ist die gute Farbe in der momentanen Angelsituation noch lange nicht festgelegt. Und das will ich euch hier genauer erklären. Wenn ich nachts im Klarwasser angle, gehe ich ganz anders an die Farbauswahl, als wenn ich tagsüber bei strahlender Sonne oder morgens vormittags oder nachmittags dann angeln gehe. Ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Wir haben dann ganz unterschiedliche Lichtverhältnisse mit der wandernden Sonne. Und entsprechend, und das ganz besonders stark im klaren Wasser, verändert sich dann auch die beste Köderfarbe für den Hechtfang im Tagesverlauf. Die Sicht im Wasser, unter Wasser ist keinesfalls gleich. Die kann von extrem schlecht, also in totaler Dunkelheit, nachts bis extrem gut sein. Wenn die Köderfarben tagsüber, so wie hier im Bild, dann daherkommen, dann ist das bei Nacht eine ganz andere Geschichte. Und da unterscheidet sich das Sehen über und unter Wasser überhaupt nicht. Haben wir also tagsüber hier so eine richtig schöne bunte Farbpalette, dann ist das nachts nur ein Grau in Grau, beziehungsweise schwarzer Bildschirm. Wenn wir in der Dämmerung oder im Laufe des Vormittags bei Sonnenschein im klaren Wasser unsere Köderfarben ansehen, dann verändert sich das sehr stark. Ich habe hier mal im Zeitraffer ein Video von dem frühen Morgen in den Vormittag hinein aufgezeigt. Und ihr seht sehr schön, wie sich die Sichtbarkeit einzelner Farben stark verändern kann. Und entsprechend müssen wir auch sehr stark unsere Köderauswahl verändern. Klares Wasser ist deswegen sehr schwierig für uns Angler, weil die Fische sehr gut sehen können. Sie können dann auch sehr wählerisch zwischen interessanten und weniger interessanten Ködern unterscheiden. Viel schlimmer, als das im trüben Wasser der Fall ist. Nicht nur, dass sie im klaren Wasser unsere Montagen, Vorfächer, Schnüre und so weiters vor dem Köder sehr gut erkennen, sondern auch feinste Unterschiede in der Köderfarbe können über Erfolg und Misserfolg für uns Angler entscheiden. Fische sind wie wir manchmal absolute Leckermäuler. Und sie richten ihren Blick häufig auf ganz bestimmte Beute. So kann es zum Beispiel passieren, dass Hechte in den Bodden oder hier bei uns im Möhnesee ganz besonders gern Heringe oder Maränen fressen. Die sind schön fett und scheinen auch gut zu schmecken. Wir essen ja Maränen auch viel lieber als Rotaugen. Und so ist das wohl auch bei den Hechten. Jedenfalls wird dann anhand der Farben einer potenziellen Beute über Angriff oder Stillhalten stehen bleiben entschieden. Und diese Entscheidung fällt umso krasser dafür oder dagegen aus, wenn wir besonders klares Wasser haben. Und das kann bedeuten, ein bläulich-violetter Köder wird angegriffen, ein bläulich-weißer Köder mit rotem Schwanz hintendran wird links liegen gelassen. Merkt ihr, was da für ein Unterschied ist? Die sonst beliebten roten Schwänze, viele Angler schwören ja auf rote Schwänze an ihren Ködern. Das ist auch oft sehr gut, ist aber manchmal auch ein Ausschlusskriterium für die Räuber. Und der Hintergrund ist, dass die verwöhnten dicken Hechte in ihrem Gewässer als Ausschlusskriterium genau diesen roten Schwanz haben. Damit erkennen sie oder unterscheiden sie dann nämlich zwischen Rotaugen und Maränen bzw. Heringen. Rotaugen nein, Maränen und Heringe ja, schöne fette Beute. Warum soll man auch so ein blödes Rotauge fressen, wenn daneben gleich schöne fette Maränen herumschwimmen? Auf jeden Fall Maränen sind die schmackhafteren und fetteren Fische, was also den Hechten dann deutlich besser gefällt. Da müssen wir den Hechten das natürlich auch anbieten. Dann sollten wir ihnen keine Rotaugen vortäuschen. Deshalb ist es wichtig, möglichst viel von seinem Angelgewässer und der momentanen Situation zu wissen. Um Köderfarben gut auszuwählen, solltet ihr vor allem die Köderfarbe nach der aktuellen Beute der Räuber auswählen. Könnt ihr sagen, welche Fischarten im Angelgewässer momentan vorhanden sind, beziehungsweise welche Fischarten die momentane Lieblingsbeute eurer Zielfische sind? Jetzt im klaren Wasser mit viel Tageslicht ist das ausgesprochen wichtig. Da gucken die Hechte und anderen Raubfische natürlich viel genauer hin. Je klarer das Wasser und je besser die Sicht dort ist, wo wir angeln, desto wichtiger ist es, die Beutefische möglichst optimal zu imitieren. Eigentlich. Eigentlich deshalb, weil hier kann man nämlich schon wieder eine böse Falle erwischen. Klares Wasser ist tückisch und immer nur die natürliche Beute zu imitieren, ist auch manchmal wieder falsch. Klares Wasser ist nämlich nur eine von vielen verschiedenen Variablen, die unsere Köderwahl ausmachen. Besonders im klaren Wasser verändert sich die beste Farbe im Laufe des Tages mit dem Sonnenlicht sehr schnell. Streng genommen braucht ihr mehr Farben als im trüben Wasser, weil die beste Köderfarbe sich im klaren Wasser extrem schnell verändern kann. Von der guten Köderfarbe nachts über die beste Köderfarbe in der Dämmerung am Morgen bis hin zum Mittag können viele verschiedene Farben in verschiedenen Abstufungen dann eure Fangergebnisse beeinflussen. Und wer dauernd nur auf eine besondere Klarwasserfarbe schwört, wird sich wundern. Er fängt nämlich sehr lange Zeit nichts. Wer im klaren Wasser den ganzen Tag über fängt, macht vieles richtig und hat ziemlich dumme und wenig wählerische Räuber, wenn er nur einen Köder montiert hat. Das ist nicht die Regel. Je mehr geangelt wird, je klarer das Wasser ist, je mehr Licht ins Wasser fällt, desto wählerischer werden die Fische überall. Leider muss ich noch eine Variable nennen, die die Köderwahl nennenswert beeinflusst. Wir sollten auch wissen, wie Farben unter Wasser funktionieren und vor allem, dass mit zunehmender Tiefe verschiedene Farben absorbiert werden. Das heißt, welche Köderfarben in der Tiefe nicht mehr farbig, sondern schwarz oder grau daherkommen. Wir erinnern uns da an das Bild, das ich euch in meinem ersten Farbvideo schon gezeigt habe. Die Absorption des Lichtes mit zunehmender Wassertiefe, zuerst rot, dann gelb, dann grün, dann blau und zuletzt violett, verschwindet auch im klaren Wasser. Und ganz unten sind es die fluoreszierenden Farben, die immer noch als Farben und sehr gut sichtbar sind. Das Angeln im klaren Wasser und in großer Wassertiefe, Damit meine ich dann auch Tiefen jenseits der 6, 8 oder sogar 10 Metern, kann wieder andere Farben nötig machen, als sie im klaren, flachen Wasser nötig gewesen wären. Ich muss mir da auch etwas an die eigene Nase fassen, denn es ist falsch zu sagen, dass zum Beispiel eine schöne Naturfarbe im klaren Wasser extrem gut ist. Das kann sehr gut sein, wenn ich bestimmte Wassertiefen nicht unterschreite. Gehe ich in tieferes Wasser, dann ist die Naturfarbe sehr wahrscheinlich nur noch eine von vielen und nichts Besonderes mehr für die Raubfische. Dann kommt es tatsächlich auf eine Erhöhung der Sichtbarkeit wieder an, weil eben viel Licht absorbiert ist. Und um es genau und korrekt zu sagen, Naturdekor, eine perfekte Imitation der Beutefische, ist im klaren und flacheren Wasser mit viel Lichteinfall durch die Sonne verstärkt. Dann ist also die Naturfarbe tatsächlich eine besonders gute Wahl. Ganz konkret habe ich euch das ja schon anhand meiner Farbscheibe gezeigt, die wir im Laufe der Dämmerung zum Beispiel angesehen haben. Hier seht ihr im Zeitraffer im Klarwasser die Veränderung der Sichtbarkeit von Farben mit zunehmender Wassertiefe. Eure wunderschöne Naturfarbe ist also nur in Verbindung mit gutem Tageslicht im flachen Wasser sehr gut. Je tiefer wir runterkommen, desto mehr müssen wir auf Fluoreszenz und Schockfarben setzen. Auch am Mittag, auch in der prallen Sonne, bei starkem Lichteinfall, der einfach in die Tiefe begrenzt ist. Und irgendwann ist auch mit dem hellsten Sonnenschein das Licht in der Tiefe zu Ende. Und dann müssen wir einfach nur mit Restlicht dann unsere letzte Sichtbarkeit verstärken und entsprechend dann mit Schockfarben da zu Werke gehen. Geht die Sonne unter, wird die Farbe langweilig oder sogar schlecht, weil nicht mehr wahrnehmbar für den Fisch und plötzlich sind weiße oder fluoreszierende Farben auch wieder super. Ich werde so oft gefragt, ist denn deine UBS-Farbe auch im klaren Wasser gut? Die ist doch so schockig und ist doch viel zu hell. Meine Antwort eindeutig ja. Aber man muss wissen, worauf es ankommt. Wenn wir jetzt im Frühjahr zum Beispiel angeln gehen, dann sind wir meistens flach unterwegs. Gerade scheint viel Sonne hier in den Bäumen nicht so sehr. Gehen wir mal beispielhaft den ganzen Tag so durch. Ich fange also frühmorgens, wenn die Sonne noch sehr tief steht, sehr gern mit einer super schockigen Köderfarbe an. Nicht mit der UBS-Spezialfarbe, sondern noch heller, noch schockiger, mit voller Dröhnung Fluoreszenz. Da ist also dann der Zalt in der alten Farbe Nummer 24 eine super Wahl. Besser noch als UBS-Spezial. Da ist der Flusskönig eine super Wahl, weil eben sehr wenig Licht da in die Tiefe fällt und dann mit dem Restlicht der Köder aufgehellt werden muss, um eine gewisse Sichtbarkeit zu erzeugen. Wenn dann nach dem Sonnenaufgang, meistens ist das so mit Sonnenaufgang oder eine Stunde danach ist Schluss mit diesen super schockigen Farben. Dann geht es drastisch bergab. Wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr merken, gefühlt ist dann die Beißzeit zu Ende. Fange ich mit meinen UBS-Ködern an. Dann bin ich mit diesen immer noch fluoreszierenden, aber schon deutlich mehr ins Natürliche gehenden Farben deutlich besser aufgestellt. Weil Fluoreszenz in der UBS-Farbe immer noch enthalten ist, würde ich auch damit sicherlich schon ein paar Fische früh fangen. Aber diese totale Schockfarbe, auch vom Flusskönig und den Slotterschets mit chartreus gelben Farbgebungen oder fluogrünem Rücken, sind dann Top-Köder. Aber eben nicht lange. Wenn das Licht dann kommt, so wie die Sonne jetzt gerade hier, dann wird schnell die UBS-Farbe besser. Die ist etwas dunkler, etwas natürlicher. Das Geheimnis dieser Farbe liegt darin, dass sie länger gut ist und bleibt. Und bleibt deswegen, weil dieses Grün auf der Flanke einerseits fluoreszierend ist, dann wirkt es im Dunkeln, also früher am Morgen sehr gut, aber es verschwindet auch als unnatürliche Farbe. Etwas tiefer im Wasser ist das ein ganz normales Grün, so wie die Fische das aus der ganzen Umgebung kennen. Wenn man mal ins Wasser taucht und sieht, dann ist ganz viel unter Wasser richtig grün. Im Mai beginnt das Leben unter Wasser, dann ist also auch die erste Algenblüte unterwegs und dann ist grün vor grün eine völlig natürliche Erscheinung. Und wenn wir etwas wolkiges Wetter oder sogar viel Wind auf der Wasseroberfläche haben, frisst das relativ viel Licht, dann können wir mit der UBS-Farbe richtig lange im klaren Wasser angeln. Dann ist das nicht zu hell. Dann können wir also auch bei schlechtem Wetter eigentlich den ganzen Tag mit dieser Farbe erfolgreich sein. Wir müssen also immer überlegen, wie viel Licht kommt da unten jetzt effektiv an der Angelstelle an, wo wir angeln. Es macht dann Sinn, etwas Pepp in die Köderfarbe zu bringen. Also Fluoreszenz ist dann auch im Klarwasser ein Top-Fangverstärker. Deswegen kriege ich immer Bauchschmerzen, wenn irgendwelche Köderhersteller sagen, fluoreszierende Farben sind Top-Rübwasserfarben und natürliche Farben sind Top-Klarwasserfarben. Quatsch ist das. Manchmal ist das so, aber grundsätzlich kann ich mit super fluoreszierenden, muss ich mit super fluoreszierenden Farben im klaren Wasser auch zeitweise agieren. Genauso wie die super natürlichen Farben im klaren Wasser manchmal überhaupt nicht funktionieren können. Nämlich dann, wenn es richtig dunkel da unten wird. Um das Ganze gut zu verstehen, stellen wir uns noch einmal die besonders schweren Bedingungen im klaren Wasser vor. Wir haben also klares Wasser, die Fische stehen jetzt im Frühjahr sehr flach und die Sonne steht ganz hoch oben gnadenlos am Himmel. Das ist das Schlimmste, was für uns bei der Köderwahl passieren kann. Denn wir müssen wirklich viel probieren und immer wieder die richtige Köderfarbe suchen. Wahrscheinlich habt ihr schon das Gefühl, dass ich viel um den heißen Brei herumrede. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr die Zusammenhänge richtig gut versteht, um nicht auf falsche Farbgedanken zu kommen. Jetzt im Frühjahr angeln wir im klaren Wasser insbesondere flach. So schwer es dann jetzt zu sein scheint, eine gute Köderfarbe zu finden. Aber es gibt auch einige Farben bzw. Effekte, die jetzt richtig klasse sind. Auch wenn vermeintlich alles richtig schwierig erscheint in dieser Situation. Wir haben jetzt auch gute Möglichkeiten. Wenn die Raubfische nämlich weit durch das klare Wasser sehen können, spielt die Sicht eine übergeordnete Rolle. Ihr wisst schon, dass wir die natürliche Beute besonders gut imitieren sollten. Das können Rotaugendekors sein. Oft fressen Hechte und Zander auch Barsche sehr gern. Dann sind Streifen und grün-gelbe Köder in Barsch-Optik super. Und wenn Heringe oder Maränen auf dem Speiseplan stehen, dann achte ich auf blaue und violette Töne, möglichst ohne Rot im Köder. Habt ihr so einen Hering oder eine Maräne mal in der Hand im starken Sonnenlicht hin und her bewegt? Da ist viel Violett drin. Silber, Weiß und manchmal ein bläulicher Rücken sind dann wichtige Auswahlkriterien. Und man kann mit passenden Farben ruhig auch mal kräftig übertreiben. Ich erinnere mich da auch an einen Angeltörn, zu dem wir von der Firma Rapala nach Finnland eingeladen wurden. Das war schon Anfang der 90er Jahre. Rapala hatte uns gebeten, unsere Lieblingsangelgeräte, das heißt die Rute, die Rolle und die Schnur mitzubringen und alles andere an Ködern würde man uns schon zur Verfügung stellen. Klar, die wollten unbedingt, dass wir mit Rapala ködern und nicht mit was anderem angeln. Da wurde auch gefilmt und fotografiert. Es gab tütenweise Rapala-Wobbler und ruckzuck waren die schönsten, die buntesten Köder weg. Ich hatte mich nicht sofort um die Einsammlung von Ködern da gekümmert. Da waren also die meisten Köder weg und ich musste nehmen, was noch übrig war. Da hat man ja so ein paar Anstandshäppchen liegen lassen. Und als ich dann nach einigen Wobblern Ausschau hielt, waren nur noch ein paar hässliche Entlein übrig. Rapala hatte wohl für uns sehr viele Auslaufmodelle und Restposten in die Tüten gepackt, die natürlich nicht schlecht waren, die sich einfach nur schlecht verkauft haben. Und auf diese Art und Weise konnte man dann die Reste auch mal unter die Leute bringen. Darunter war ein Köder, eine Farbe, die nannte sich Purple Mackerel. Das war ein Rapala Magnum in der Farbe Purple Mackerel. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Auf jeden Fall, damals war die mal aus dem Programm ausgelaufen. Es war ein strahlend schöner, sonniger Tag. Wir angelten in klarem Wasser auf den Aarlandinseln. Super klares Wasser, super Sonne, eigentlich bescheidene Angelbedingungen. Und ich dachte mir, ja okay, also die schönen Farben sind weg, aber dunkel im klaren Wasser, das wusste ich schon, kann gut sein. Damals und zu diesem Zeitpunkt der Köderwahl hätte ich wahrscheinlich auch erst mal auf andere Köder gegriffen. Aber der Petrus da oben, der Petrigott, meinte es gut mit mir. Diese Raffgier, das schnelle Wegschnappen der vielen schönen Köder wurde indirekt bestraft. Ich montierte mir meinen Purple Mackerel Rapala Magnum Bobbler in der strahlenden Sonne. Und das ist wirklich ein wenig schöner Köder. Ich nenne ihn immer hässliches Entlein, weil er einfach nur dunkelviolett und schwarz ist. Und wir angelten also dann von einem größeren Boot zu, ich weiß nicht, acht Leute oder sowas. Und es kam, wie es kommen musste. Die Fische bissen morgens, relativ gleich verteilt. Und je höher die Sonne kam, desto besser funktionierte mein hässliches Entlein, mein Rapala Purple Mackerel. Die Sonne ging immer höher und irgendwann fing nur noch ich. Und das Schicksal meinte es besonders gut mit mir. Es gab nämlich in allen Tüten, die haben da bestimmt ein paar hundert Bobbler mitgebracht, war ein einziger Bobbler in der Farbe Purple Mackerel. Und den hatte ich als Reststück von dem Tisch da aufsammeln können. Zufällig, weil kein anderer den mochte. Und das war die Sensation. Ich fing so extrem gut, dass Rapala sogar im Nachhinein, weil das war eine Journalistentour, da waren also nur Schreiberlinge, nur Leute, die also irgendwie als Angelprofis für die schreibende Szene unterwegs waren. Das war also so auffällig extrem gut, dass das natürlich eine Geschichte war, die dann auch die Runde machte. Und Rapala hat Purple Mackerel wieder ins Programm aufgenommen, wegen dieser tollen Fangerfahrung. Das war denen wohl selber nicht bewusst, wie toll der Köder funktionierte. Es ist leider eine extrem schlechte Verkaufsfarbe. Und deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt noch im Programm ist. Wer nicht so explizite, genaue Erfahrungen damit gemacht hat und wer nicht den Tipp konkret bekommt, Purple Mackerel ist eine super Klarwasserfarbe, der wird nicht freiwillig nach diesem Köder greifen, weil er einfach ziemlich hässlich ist. Heute hat sich das auch rumgesprochen, dass das ein Top-Köder ist. So hässlich, so lila und so unscheinbar wollte die damals sogar keiner geschenkt haben. Theoretisch könnte man ja meinen, nach dem, was ich euch auch bis jetzt erzählt habe, die blau-weißen Köder würden auch noch funktionieren, taten sie aber eher schlecht an diesem Tag. Da kam ganz vereinzelt mal noch ein Hecht, aber ein Vielfaches kam auf den violetten Köder. Die Kollegen hatten den gleichen Köder in blau-weiß, also genau das gleiche Modell, blau-weiß, da drauf, schön und bewährt. Ich hatte dunkel-lila und unterm Strich hatte ich im Laufe des Tages deutlich mehr Fische fangen können als alle anderen Angler im Boot zusammen. Und es ist eine perfekte Geschichte, um die Bedeutung von Köderfarben eindrucksvoll zu beweisen. Violette, lilafarbige Köder gibt es ja nicht viele am Markt. Wer das kennt, weiß die Köder im Klarwasser mit viel Licht gleichzeitig zu schätzen. Also immer, wenn wir strahlende Sonne, wie jetzt gerade in meinem Gesicht haben, wenn wir sehr klares Wasser haben, wenn wir vielleicht nicht ganz so tief angeln, ist lila auch heute noch eine absolute Topfarbe. Und das gilt natürlich nicht nur für Hechte, sondern auch für andere Wobbler. Und ganz aktuell haben wir von Ilex den berüchtigten Squirrel SG Wakasagi wieder neu ins Programm aufgenommen. Ein früher normal erhältlicher Köder wurde von uns jetzt als Sonderfarbe bestellt, weil etliche Angler richtig traurig waren, dass es den nicht mehr gibt. Und seht euch diesen Köder mal im Licht genauer an. Ich blende das hier mal ein, schön im Licht, hin und her. Erkennt ihr etwas? Ich bin sicher, das Violett in diesem Köder ist einer der ganz wichtigen Reize und das macht die besondere Fängigkeit des Köders aus. Schleppangler und Kastaik-Freunde kennen den violetten Madshed auch ein ganz stark häufig gesuchter Köder. Das ist auf den ersten Blick auch recht unscheinbar, fast hässlich und hat neben einer violetten Grundfarbe auch eine gewisse Durchsichtigkeit. Durchsichtige Köder sind nämlich auch ein wichtiger Tipp, den ich euch geben möchte. Durchsichtige Köder sind für die Fische trotzdem recht gut sichtbar. Und sie lassen das Licht durch den Köder etwas gebeugt, etwas reflektierend hindurch und dadurch erscheinen die ähnlich wie der Hintergrund, so wie die Tarnfarbe eines echten Fischchens auch funktioniert, kommt also da etwas sichtbar, aber trotzdem halbwegs gut getarnt durchs Wasser. Viel Licht, wenig Trübung macht auch wenig Sichtbarkeit im Köder dann zu einer unschlagbaren Waffe. Da können auch nur ein paar kleine Partikel drin sein und wundert euch nicht, wenn da auf dem Markt verschiedene Köder auftauchen, die vielleicht sogar durchsichtig sind, wo man dann die Kügelchen drin sieht und wo nur der Rücken dann etwas lackiert ist. Das ist Absicht und das ist richtig gut. Gummiköder, durchsichtig, durchscheinendes Plastik, nur ein paar Metallpartikel drin, ist richtig gut, wenn das Wasser sehr klar und lichtdurchflutet ist. Das solltet ihr also auch auf dem Schirm haben. Dieser Matchet funktioniert insbesondere als geschleppter Köder in Wassertiefen bis 5 Meter sehr gut. Ich betone hier nochmal die Wassertiefe, auf die ich gleich nochmal ausführlicher zu sprechen komme. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, wenn ihr mit diesem Violett morgens im Klarwasser anfangt, wird das erstmal nicht so sonderlich gut funktionieren. Besser als andere schockige Farben wird er auf keinen Fall sein. Ich glaube, dass ihr mit Schockfarben morgens extrem viel besser aufgestellt seid. Je höher die Sonne aber in den Himmel steigt, desto einseitiger wird es dann für die violetten oder durchsichtigen Köder weitergehen. Schockfarben, einige Köderanbieter nennen die ja sogar Trübwasserfarben, fangen morgens super gut, aber ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr. Schockfarben fangen super gut früh morgens, dann eine Weile nicht und am Abend wieder. Und sie fangen auch am helllichten Tag, wenn, sorry Leute, ich muss noch eine Variable ansprechen, wenn wir nämlich im sehr tiefen Wasser angeln. Tiefes Wasser, wir wissen das aus dem Farbvideo, das hatte ich euch ja schon eingeblendet, ist also nochmal eine Besonderheit, absorbiertes Licht, Restlicht in der Tiefe macht Schockfarben nötig. Fluoreszenz und besonders helle Köder sind die einzigen, die in großen Tiefen noch sichtbar sind. Und dann natürlich auch die beste Farbwahl, auch mittags im klaren Wasser bei strahlendem Sonnenschein. Deswegen ist es sehr verwirrend, wenn man sagt fluoreszierend, im trüben Wasser, Naturfarben, im klaren Wasser. Das ist nur eine ganz kleine Wahrheit. Da ist was Richtiges dran, aber das zu pauschalisieren ist großer Quatsch. Ich hatte euch das auch in diesem Video hier schon erklärt, was Räuber sehen können, wie das Fischauge funktioniert. Die Räuber mögen manchmal nämlich nicht so sehr viel Licht in den Augen, weil die Pupille bei den Fischen nicht verstellbar ist. Und dann wandern die in der Mittagszeit einfach in tieferes Wasser. Mit dem Abwandern in tieferes Wasser könnten wir jetzt denken, keine Beißzeit mehr, nichts funktioniert mehr, wenn wir an den falschen Stellen angeln. Wenn wir mit Naturfarben ins tiefere Wasser reinwerfen, ist der ja gar nicht mehr so gut sichtbar, der Köder. Und dann kann es sein, dass wir denken, ja siehst du, Naturfarbe, klares Wasser und so weiter ist ja eigentlich gut. Ich fange jetzt nichts, also die Fische beißen nicht. Fehl am Platze ist dann die Naturfarbe. Wir müssen mit Schockfarbe hinter den Fischen hergehen, in das tiefe Wasser, um wieder genügend Sichtbarkeit zu erzeugen. Und dann auch wieder attraktive Köder zu präsentieren. Und merkt ihr was? Plötzlich angeln wir mittags im klaren Wasser mit totalen Schockfarben, die ich eben noch als gute Farben morgens und abends vorgestellt habe. Das ist ein bisschen verwirrend, aber wenn man es einmal weiß, dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Schockfarben morgens, abends und im tiefen Wasser mittags sind also auch im klaren Wasser sehr gut einzusetzen. Erkennt ihr die vielfältigen Zusammenhänge? Wenn ich einfach nur den Flusskönig, habe ich euch hier nochmal eingeblendet, oder ähnliche Farben in die Kamera halte und sage, top Klarwasserfarbe, werden tausend Angler schreien, der Typ hat null Ahnung. Ich angle aber sehr gerne mit Chartreuse, Chartreuse Glitter, dem Flusskönig, auch mittags, wenn ich besonders tief angle. Man muss da ein Gefühl für das vorhandene Licht in der Tiefe entwickeln. Wenn ich betone, dass Violett eine tolle Klarwasserfarbe ist, dann nimmt die ein Zweifler, fängt morgens damit nichts und sagt, ja, Köderfarbe ist völliger Quatsch. Er angelt vielleicht zufällig mit einer Schockfarbe und sagt, siehste, Farbe ist egal. Angelt er weiter, ja, Beißzeit ist zu Ende, Farbe ist nicht egal, dann müsste der Violette dran und so weiter und so fort. Ihr merkt, worauf es ankommt. Nämlich wenig Licht dort, wo die Fische gerade sind und vielleicht auch fressen, bedeutet viel Schockfarbe und umgekehrt. Weil sehr viele Leute nicht verstanden haben, wie die Zusammenhänge sind, gibt es auch so sehr viele Diskussionen über den Sinn und Unsinn bei der Farbwahl. Wir haben gelernt, dass die Auswahl der guten Köderfarbe ganz besonders von dem einfallenden Licht abhängt und mancher Köderanbieter folgert sogar, fluoreszierende Farben sind gut für trübes Wasser und natürliche und dunkle Farben sind gut für klares Wasser. Ihr wisst jetzt, ganz so einfach ist das aber nie. Wenn euch jemand solche Empfehlungen gibt, hat er viel zu wenig verstanden und ihr wisst jetzt hoffentlich mehr, dass auch mit vermeintlichen Trübwasserfarben im klaren Wasser oft sehr gut gefangen werden kann. Diejenigen, die Köderfarben als Verkaufspsychologie und unwichtig titulieren, haben leider auch nicht viel verstanden. Lassen wir die in ihrem Glauben, denn ein paar Tricks und Hinweise habe ich auch für diejenigen noch, die die Bedeutung der Köderfarben als richtig wichtig erkannt haben. Und im Klarwasser ist die Köderfarbe extrem wichtig. Ich komme dann noch einmal auf diesen kleinen Ilex-Köder zurück, den ich euch hier nochmal einblende. Neben diesem Violett-Schimmern im Sonnenlicht hat er noch einen wichtigen Reiz, die metallische Oberfläche. Wenn wir genau hinsehen, dann sind da auch Silberanteile dabei. Metallic-Effekte, das wilde Blitzen der Flanke einer Beute, ist ein absoluter Fangreiz, der besonders bei Sonne und klarem Wasser zum Tragen kommt. Ich angel dann auch sehr gern mit Blechködern. Der gute alte FZ-Blinker und alle anderen Blechköder kommen dann ganz besonders gern zum Einsatz, denn sie spielen ihre Reize bestens aus. Auch beim Angeln mit Gummiködern können wir für Klarwasser besondere Reize setzen. Nehmt dann besonders bevorzugt die Gummiköder, die ein paar Metallic Flakes, also so ein bisschen Glitterpartikel integriert haben. Lichtblitze im Wasser sind jetzt in der strahlenden Sonne nämlich absolut super. Und auch bei Metallic-Effekten gibt es ja verschiedene Farben. Silber ist die meistverkaufte Metallic-Farbe. Aber ich liebe auch Kupfer. Das blitzt aber etwas dunkler und super vor allem für Hechte und Forellen. Im klaren Wasser, flach geangelt mit viel Lichteinfall, erscheinen sehr viele Köder schnell zu klotzig und zu auffällig. Und wir müssen wissen, im Understatement sind wir besonders gut aufgehoben. Was bedeutet das? Es geht dann um einen Wettbewerb der Unauffälligkeit. Habt ihr mal mit durchsichtigen Ködern geangelt? Unlackierte Plastikköder? Gummifische, die farblos sind und nur ein paar Metallic Flakes drin haben? Die sind unscheinbar, sehen auch nicht besonders schön aus und haben irgendwie den Eindruck, da hat einer beim Lackieren was vergessen. Die lassen die meisten Angler gerne links liegen. Und deren große Stunde, die große Stunde dieser Köder schlägt dann, wenn viel Licht in glasklares Wasser, in glasklares, flaches Wasser fällt und die Fische sich dort aufhalten und fressen. Dann sind diese Köder die perfekte Wahl. Auch ein echtes Fischchen kommt recht gut getarnt und unauffällig daher und mit der Durchsichtigkeit sind wir sehr nah an der natürlichen Beute dran. Genau deshalb gibt es auch viele Wobbler, Gummifische und so weiter, die zum Teil nicht richtig lackiert sind. Manche Angler, die es nicht besser wissen, wundern sich vielleicht darüber. Es ist auch extrem schwer, eine Festlegung zu treffen, ob Fluoreszenz jetzt richtig oder falsch ist. Ich bin sogar überzeugt, dass Fluofarben im Klarwasser das Quäntchenmeer und ganz besonders großen Erfolg beim Spinnfischen im klaren Wasser auch mit Licht ausmachen können. Nicht nur im tiefen Wasser mit relativ stark, schockigen Farben, auch dort im flachen Wasser, wo viel Licht und eigentlich natürliche Farben vorherrschen sollten. Wer jetzt experimentiert, kann Kunstköder richtig boosten, richtig verbessern, die Fängigkeiten nochmal deutlich erhöhen und für mich ist das die hohe Kunst der Köderwahl und Köderdekoration der richtigen Farbauswahl. Dezente Fluoreszenz kann jetzt super sein. In diesem Video hier habe ich euch ja schon mal erklärt, wie man aus normalen, eigentlich nicht fluoreszierenden Ködern Fluofarben macht. Da wandert so ein bisschen Fluoreffekt aus den Superschockern in die natürlichen Farben hinein. So ein durchsichtiger Köder, der völlig unscheinbar daherkommt, der wird einfach in Fluogrün gelegt oder ein Rauchmetallikköder in chartreusfarbige Köder eingelegt. Und auf den ersten Blick sieht man da gar nicht so sehr, dass sich was verändert hat. Aber mit der UV-Lampe sehe ich dann plötzlich ein deutlich helleres Erscheinen. Das ist unter Wasser nicht so sehr hell, aber es macht das Quäntchen mehr unserer Gummiköder. Ich angle super gerne mit selbst fluoreszierend gestalteten Ködern in der Sonne, im klaren Wasser, natürlich auch im trüben Wasser, aber ganz besonders in der Sonne, im klaren Wasser und bilde mir ein, dass ich damit ganz besonders erfolgreich bin. Ich halte die Köder für viel fängiger als die schönen, unverfärbten Gummiköder. Einige Angler sind ja ganz wild darauf, dass sie ganz unverfärbte Köder bekommen. Probiert ruhig auch mal bei starkem Lichteinfall etwas Fluo aus. Die Kunst ist es, dezent daherzukommen. Ganz wenig Fluo. Man kann mit so einem Fluofarbstift dann Pünktchen oder Streifen drauf machen. Man sollte das nicht übertreiben. Der soll jetzt nicht mit so einem knaller Leuchteffekt daherkommen, sondern nur dezent Fluoreszenz auch wiedergeben. Entweder mit dem Einlegen oder ihr macht es mit einem Trick. Ihr müsst dann mit den Fluofarben sehr sparsam auch aufmalen. Das geht also manchmal auch. Und auch die schönen Metallic Blinker oder Spinner kann man aufpeppen mit Fluo. Es gibt so schöne Fluowolle, habe ich mir hier bei, ich glaube Amazon bestellt. Gebt einfach mal fluoreszierende Wollfäden ein, dann findet ihr die. Und ich habe mir an meine Blinker oder Spinner einfach nur so einen kleinen Wollfarben mit an den Sprengring geheftet. Und unten an den Haken ein bisschen Fluo dazu und ihr seid auf einmal auf der Gewinnerstraße. Das kann man auch mit Wobblern machen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu sehr in ihrer Beweglichkeit dann eingeschränkt werden. Hier möchte ich euch zum Experimentieren ermuntern. Es ist nämlich sehr schwer, da ein Patentrezept zu geben. Stellt euch ein kleines Beutefischchen vor. Es ist perfekt in seiner Umwelt getarnt und hat nur einen deutlich sichtbaren Fleck oder Streifen. So eine gewisse Auffälligkeit. Nicht sehr viel, aber auffällig eben. Das macht die Räuber an und lässt sie zubeißen. Das können übrigens auch fluoreszierende Augen sein. Ich angele sehr gerne im Klarwasser mit großen fluofarbigen Augen auf Spinnködern. Der Gerd von Zickerbelts macht das zum Beispiel sehr gerne. Der nimmt richtig große und fluoreszierende Augen. Ich male mir auch schon mal rote Kiemenbögen an. Immer nur etwas, nicht zu viel. Also nicht übertreiben mit den Fluofarben. Wenn also irgendwo so ein dezenter Farbklecks oder Farbstreifen drauf ist, dann ist das perfekt für unsere Köderdekoration. Kann übrigens auch eine Seitenlinie sein. So oder so ähnlich können auch eure getunten Köder dann aussehen. Da ist eurer Experimentierfreude keine Grenze gesetzt. So, das war jetzt sehr viel Theorie zu Klarwasserfarben. Jetzt wollen wir uns das mal in der Praxis angucken. Was sind meine Klarwasserfarben? Wie sehen die in der Praxis aus? Gucken wir mal hier unten, was ich da liegen habe. Frühmorgens fange ich dann also mit super Schockfarben an oder wenn ich sehr, sehr tief angeln muss, beziehungsweise wenn wir also große Dunkelheit haben, dann sind also auch richtig UV-aktive beziehungsweise super grell fluoreszierende Farben angesagt. Die werden dann etwas später, wenn ein bisschen Licht da ist, von den bekannten UBS-Farben gefolgt. Also da ist dann der berüchtigte Zalt, der Slottershade, aber auch die Hybridas sind dann super. Und wenn die Sonne weiter aufgeht, dann gehen wir ein bisschen von der Fluoreszenz weg. Dann kommen wir also schon in die metallischen Farben hinein. Hier habe ich also dann verschiedenste. Da habe ich mal einen Bomba in Silber-Blau. Hier ist ein Rapala Magnum Blau-Weiß. Da sind Hechtdekore sehr gut. Also viel Silber-Blau, das also dann mit dem Licht schon reflektiert. Der berüchtigte Pünktchenzalt, Pünktchenzamm, auch super. Silberne Blinker. Und wir kommen dann weiter. Hier geht es dann in die Naturdekore. Das kann also auch ein schönes Barsch-Hechtdekor sein, ohne viel Fluoreszenz oder sowas. Und ihr seht schon, hier geht es jetzt in den violetten Bereich. Hier haben wir also dann nochmal den ganz beliebten, viel gefragten Squirrel in der Wakazagi-Farbe. Und zuletzt, wenn also volle Dröhnung Sonne da ist, dann kommen also auch die violetten Köder. Hier sind also dann die Castaics, die ich angesprochen habe. Die Madshets. Dann kommen also auch dunkelgrüne und vielleicht sogar rauchfarbige Gummifische zum Tragen. Hier sind die Purple Mackerel. Die Geschichte habe ich euch ja erzählt. Und das sind also die Farben, die mittags sind. Und wenn es dann in den Nachmittag geht, dann geht das genauso wieder rückwärts. Dann geht also die Sonne wieder unter. Und so wie die Sonne untergeht, müssen wir heller werden. Gehen wir also die gleiche Reihe wieder zurück. Bis zum Abend in der Dämmerung dann wieder die speziellen UBS-Superleuchtenden Farben, die also dann den Tagesablauf auch wieder abschließen. Jetzt sind wir schon sehr tief in die Geheimnisse und Tricks rund um Köderfarben eingetaucht. Ich hoffe, ihr konntet einige neue Hinweise mitnehmen und ich drücke euch die Daumen, dass ihr damit auf euren kommenden Touren ein paar dicke Biester an das Band bekommt. Ihr müsst den Kollegen das nicht erklären. Da reicht es vielleicht, wenn man Blau-Silber sagt und auf den gelben Streifen nicht so sehr abhebt. Manchmal ist es das Quäntchen mehr Anfängigkeit. Liebe Angelfreunde, das war mein Beitrag zu Klarwasserfarben. Ich hoffe, es ist euch alles klar geworden. Ihr könnt mir gerne hier unten in die Kommentare eure Erfahrungen mit Klarwasserfarben, eure besten Klarwasserfarben hier reinschreiben. Natürlich immer auch mit Angabe der Lichtsituation, weil das morgens, mittags, abends oder sogar nachts im klaren Wasser. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch die Informationen weiterbringen. Dann dürft ihr gerne hier unten ein Like dalassen. Wer noch nicht fest dabei ist, der darf gerne auch den Abo-Button mit der Glocke drücken. Dann kriegt ihr alle Informationen frei Haus geliefert, verpasst nichts. Ich sage vielen Dank für euer Interesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Uli Beyer. Danke, teamwork mit allemann. Das ist einben crosseder.